Mein Name ist Bauer Maik. Ich mache die Mauernlehre bei Frutiger Bern und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Einfach, dass man bei jedem Wetter draussen arbeitet, weil es schön ist, so 30 Grad im Sommer. Und dass man einfach immer fit bleibt und es ist wenig krank, wenn man draussen arbeitet, man wird abgekärtet. Also einfach in meinem Beruf macht man Wandschalen von Häusern, Mauern mit Backsteinen von verschiedenen Grössen. Wenn man nach Hause geht und noch kurz das Haus anschaut und schaut, wie weit es kommt. Also ich schaute seit etwa 13 Jahren. Jetzt beim Blauweiß Oberburg in der dritten Liga. Und für den Bau ist es natürlich auch geäbig, weil man immer schön fit ist. Wobei schaute muss man auch fit sein. Also nach dem Mauerlehre möchte ich BMS machen und dann ein Architekturstudium. Und dann vielleicht in 10 Jahren, wenn es möglich ist, ein Architekturbüro haben oder im Architekturbüro arbeiten. Also Frutiger ist eine grosse Bude. Man hat viel Arbeit. Man kann in verschiedenen Teilen sein, Kundendiener oder einfach normale Häusenbauer für Bauherren. Man weiß, es wird gut zu den Lehrlingenbluten, so wie Lehrlingslager und Lehrlingstagen. Und auch sonst die ganze Betreuung und so fängt es sehr gut. Man kann mit 20 Litern sprechen, denn seine Betreuung und so BCEflutig erinnert. Sie können und seit父 Juni spielen, aber soll es stehen. Damit Pre wears Platz für die Seite per brick 안�sheimetzesler. Oder geht mein cohort hin? Musik Und dann Liga Stunden? Verrutigte